Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Trading Tipp des Tages. In dieser Woche sind die Trading Tipps am Morgen kurz nach Handelseröffnung in Deutschland und Sie haben es ja gesehen die Märkte wanken, die 12.600 Punkte Marke ist unterschritten, mittlerweile auch unter 12,5. Jetzt ist die Frage natürlich, werden die Belastungen größer, wird Trump weiterhin im Handelskrieg hart bleiben, weil es sagen viele Experten, so ein Handelskrieg, der kann nur Verlierer kennen und hoffentlich sieht das auch irgendwann mal der US-Präsident ein, weil das Ganze könnte sich natürlich auch auf die Weltwirtschaft auswirken. Unternehmen, die in den letzten Monaten sehr stark gestiegen sind, sind da natürlich anfällig für Korrekturen. Wir sehen hier einen eingeblendeten, es handelt sich um Cancom. Im Juli 2017 standen wir noch knapp oberhalb von 50 Euro, mittlerweile oder zwischenzeitlich waren es über 100 Euro, deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie immer bewegt und jetzt, wie gesagt, sind solche Aktien natürlich prädestiniert für eine Konsolidierung. Wir sehen hier die Unterstützung bei 90 Euro, die haben wir jetzt unterschritten. Bei 88 liegt noch eine weitere und ich sage mal, wenn die auch noch nachhaltig gebrochen wird, dann denke ich mal, wird die 200-Tage-Linie in den Fokus rücken und die verläuft im Bereich von 78 Euro. Das sind vom aktuellen Niveau aus 11 Euro, also etwa 11 Prozent. Und das Ganze kann natürlich dann mit einem Short-Produkt gespielt werden. Wir sehen es hier eingeblendet, Cancom, Factor Short wäre eine Idee, MF 6,9 km. Aktueller Kurs 10,70 Euro, Hebel 3, also hier sind durchaus 14,15 Euro möglich, wenn, wie gesagt, diese Unterstützung bei 88 unterschritten wird, weil dann dürfte sich der Abwärtstrend beschleunigen. Und dann macht natürlich ein Faktorzertifikat am meisten Sinn, wenn wir einen Trend haben, der in eine Richtung geht, der relativ sich beschleunigt, dann ist man mit so einem Produkt sehr gut positioniert. Stoppkurs 9,20 Euro, um eben auch gegen Verluste abgesichert zu sein. Das war es für heute. Wie gesagt, morgen wieder in der Früh, kurz nach 9.40 Uhr sehen wir uns wieder. Bis dahin, viel Erfolg beim Traden. Ciao.